Warte mal, Futter von Mama. Ich hoffe nicht, dass die da ein Nest haben mit meinem Baum da. Olivenbäumchen. Jenny, servus meine Liebe. Auf geht's, Uhrenbonus. Liebchenbonus irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Oh, schön. Zwölfer Multi und Hut. Easy. 1200x, ich liebe dieses Spiel. Deswegen kaufe ich das. Deswegen kaufe ich das Spiel. Immer wieder rein, ich liebe diesen Uhrenbonus. Ich liebe den. Was der schon alles gezahlt hat in meinen Openings. Ist immer der erste bei, ich kaufe ihn raus. Ihr seht ja bei mir immer das Ergebnis aus Spiel aufmachen, kaufen. Richtig geil. Richtig, das ist einfach der Knaller. Einfach klasse die Maschine. Ganz gerade zum Vergessen, Jogger Bombs. Davor war es aber richtig gut. Hoffen wir machen es wieder gut weiter. Das ist einfach das. Ja, ich liebe das. Das ist einfach der Knaller. Und da. Oh, LeBandit. Moin, Ronny. Mach doch keine Faxen jetzt. Wichtig, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Schönes Ding, schönes Ding. Oh, war der wichtig. Oh, mit Kleeblatt, guck, yes, LeBandit. Ich liebe LeBandit, ich lieb's so sehr. Boom, boom. Oh, ich lieb's so sehr. Ja, ist das ein geiles Spiel. Oh, einfach aus dem Nix. Okay. Schade, schade. Aber auch hier kann man natürlich gut gewinnen. Mit ein bisschen Glück. Was zahlt der? 1200, okay. Wir machen mal was. 1200 schon mal, okay. Wollen wir noch was Gutes treffen? Noch mal ein bisschen was. 600, okay. Wir sind auf dem Weg zu 100x. 170 Euro brauchen wir noch. Jetzt brauchen wir noch 50er. Oh, 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 oh. Wow, 7-2. Yes. Endlich knallt's. Wow. Moin Patrick, mein Lieber. Wann hast du Progewinn? Ist bald so weiters. Moin Uwe, mein Lieber. Oh, ich hab auch bald Geburtstag. Wie lang ist es noch? Ich hab diesen Monat schon 23 Tage noch. Dann werde ich wieder ein Jahr älter. Hoffentlich gibt's da nicht auch mehr graue Haare. Das wär schlecht. Oh. Ah. 200x-Molti. Was ist denn das? Junge. 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 Baby. Yes. 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 Da ist mein Geld. What the fuck. 200x-Molti hab ich gar nicht gesehen. Bruder, was ist das für ein Bonus? Junge. 18.800 Euro. Yes. 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 Oh. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Alter Schwede. 4.700 irgendwas x. Macht wirklich keinen Sinn, Freunde. M.A.X. M.A.X. Ladies and gentlemen, we have a Max win. Joe. M.A.X. 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 Der hat lange nichts gezahlt. Flaschen gehen durch Nein und jetzt kriege ich den 50er Das waren 18.000 Das sind Schmerzen Krass ein guter Bonus Krass ein guter Bonus